Hallo liebe Freunde, ich habe für euch ein Angebot zum Thema Energie, Konzentration, Belastbarkeit und so weiter. Und zwar gibt es unser ActiVice diese Woche bei mir in folgender Rabattaktion. Bleibt dran, ich erzähle euch, was es letztendlich kann. Also erstmal die Rabatte. Bei drei Stück, die ihr jetzt so seht, gibt es 5%. So, festhalten, bei 5 Stück, ich fahre jetzt einmal hoch, bei 5 Stück gibt es 15% Rabatt. Das heißt, bei 15% Rabatt spart ihr fast 24 Euro. Eine Dose ActiVice kostet 31,50. So, wer das ActiVice nicht kennt, wofür ist es? Da sind alle B-Vitamine drin, wofür sind B-Vitamine im Körper gut? Nun, dein Gehirn braucht beim Denken B-Vitamine ohne Ende. Stoffwechsel braucht B-Vitamine. Aber auch Sormonsystem braucht B-Vitamine. Du brauchst für körperliche und geistige Leistung sozusagen B-Vitamine. Das heißt, hier wird nicht gepusht, wie es bei anderen Trinks oftmals der Fall ist, sondern hier werden einfach die Tanks aufgefüllt, dass du, wenn du möchtest, Energie abrufen kannst. Das ActiVice ist mega beliebt mittlerweile in den Büros, wo sich die Leute früher mit Kaffee durch den Tag gepusht haben. Trinken die heute das ActiVice und sind entspannt, im Fokus, sind produktiv, gut gelaunt. Und somit möchte ich euch das jetzt als Aktion vorstellen, damit ihr in dieser Woche maximal gut gelaunt, produktiv und leistungsfähig werdet oder bleibt. In diesem Sinne, meldet euch direkt bei mir, die Aktion gibt es direkt bei mir, nicht so im Shop erhältlich. Die Infos findet ihr irgendwo rundherum ums Video.